Hallo, wir sind jetzt in Kuba angekommen. Das erste Mal seit über einem Jahr und ich freue mich. So, wir sind jetzt in Motomachi, schauen uns die Stadt an und gehen dann noch ein bisschen rein nach Sanomir. Wir wollen jetzt essen. Mal schauen, was hier so leckeres gibt. Oh, lecker Koffer. Das war voll billig aus. Vor allem hier gibt es auch eine Drinkbar. Da muss man nur 190 Jens haben und kann so oft was zu trinken holen gehen, wie man möchte. Das ist sehr gut. Dann haben wir Pizza. Kann man auch mal vorspeisieren und dann zum Hauptblitz? Ja, ja, genau. Oh, lecker noch. Das ist mein Klinger. Als erstes kam unsere Pizza. Ja. Aber das ist echt mega tonight. Unser Essen ist da. Ja. So, unser Nachtisch ist gerade gekommen. Ich habe Tiramisu. Und bin ein paar Tiramisu und noch einen Kollegen dazu. Also, ich merke mich jetzt auch mal wieder. Wir sind momentan im Restaurant. Wir waren gerade beim Fuse und haben uns die Haare machen lassen. Sieht man immer nicht schlecht. Ich zeige es euch nochmal, wenn wir in unserem Zimmer sind. Und, ja, wir haben uns jetzt gerade Pizza bestellt. Und, ja, bin ich mal gespannt, wie die wird. Weil ich habe schon mega Hunger. Ja. Hallo und Konnitimas. Eine neue Stadt von mir. Wir befinden uns gerade auf dem Weg zu meinem alten Arbeitsplatz. Da habe ich vor zwei Jahren für ein Jahr als Freibiege gearbeitet. Und, ja, ich bin mal gespannt, ob mich noch einige Leute erkennt oder nicht. Wir waren gerade für eine Stunde in der Schule. Ich habe alte Kollegen von mir getroffen, mit denen gequatscht. Und ein paar Schüler haben mich auch wiedererkannt. Das war echt sehr schön. Ja, wir sind gerade schon auf dem Rückweg nach Sanomir. Und ich glaube, ich beende den Blog jetzt auch hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Tschüss!